Märchen von Charles Perrault Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Rotkäppchen Es war einmal ein Bauernmädchen, so hübsch und niedlich, als man nur eins in der Welt sehen kann. Ihre Mutter war ganz in sie vernarrt und ihre Großmutter noch mehr. Diese gute Frau ließ ihr nun ein rotes Käppchen machen, das ihr so gut stund, dass man sie davon allenthalben nicht anders als Rotkäppchen nannte. Nun hatte ihre Mutter einmal Brotkuchen gebacken. Da, sagte sie zu ihr, bring der Großmutter ein Stück Kuchen und das Butterbüchschen und sieh, was sie macht, ich hörte vorhin, sie wäre krank. Nun trappelte Rotkäppchen geschwind fort zur Großmutter, die in einem anderen Dorf wohnte. Da sie nun unterwegs durch ein Holz ging, kam der Meister Wolf und wollte sie fressen, aber er getraute sich's doch nicht, wegen etlicher Holzhauer, die in der Nähe waren. Er fragte sie daher nur, wo sie denn hinginge. »Ih«, sagte das gute Mädchen, »das noch nicht wußte, wie gefährlich es ist, sich mit einem Wolf einzulassen. Da will ich zur Großmutter und ihr ein Stück Kuchen und ein Butterbüchschen von meiner Mutter bringen.« »Ei, wo wohnt sie denn?« fragte der Wolf wieder. »Ist's denn noch weit?« »Ah ja, freilich«, versetzte Rotkäppchen, »sie wohnt noch über der Mühle draußen, die du unten, ganz unten siehst, gleich im ersten Hause, wenn man zum Dorf hineingeht.« »Nun gut«, sagte der Wolf, »ich will sie auch besuchen.« »Weißt du was? Ich will den Weg da gehen, und geh du jenen Weg, und da wollen wir sehen, wer zuerst hinkommt.« Nun fing der Wolf aus Leibeskräften zu laufen an und nahm den kürzesten Weg. Rotkäppchen aber hatte den längsten Weg genommen und hielt sich noch dazu allenthalben auf, suchte Haselnüsse, lief den bunten Schmetterlingen nach und bund sich Sträußchen von Blümchen, die sie hie und da pflückte. Der Wolf war gar bald vor der Großmutter Haus. Er pochte an. Poch, poch! »Wer ist da?« ruft die Großmutter. »Mach nur auf, lieb Großmutter«, antwortete der Wolf mit verstellter Stimme. »Ich bin's, euer Rotkäppchen, ich bringe euch Brotkuchen und ein frisches Butterbüchschen, das euch meine Mutter schickt.« Die gute Großmutter, die im Bette lag und krank war, rufte »Zieh nur an der Klinke, und der Riegel geht gleich auf.« Der Wolf zog an der Klinke, und die Haustür ging auf. Nun fiel er über die arme Frau her und fraß sie mir nichts, dir nichts rein auf, denn er hatte ganze drei Tage nichts gefressen. Er machte darauf die Tür wieder zu, legte sich ins Bette der Großmutter und wartete nun auf Rotkäppchen, die bald darauf kam und an die Tür klopfte. »Poch, poch!« »Wer ist da?« Rotkäppchen, welche die grobe Stimme des Wolfes hörte, fürchtete sich anfangs davor. Sie dachte aber hernach, dass die Großmutter vielleicht einen heischen Hals hätte, und antwortete, »Mach nur auf, ich bin's, das kleine Rotkäppchen, ich bringe euch frischen Kuchen und ein Butterbüchschen, das euch meine Mutter schickt.« »Zieh nur an der Klinke,« ruft der Wolf und machte seine Stimme so klar, als er konnte, »Zieh nur an der Klinke, liebes Rotkäppchen, und der Riegel wird gleich aufgehen.« Rotkäppchen zog an der Klinke, und die Tür ging auf. Da der Wolf sie hereinkommen sah, kroch er unter die Bettdecke und sagte zu ihr, »Setzt den Kuchen und das Butterbüchschen nur hin auf den Mehlkasten, und komm hernachher und leg dich ein bisschen bei mich ins Bett.« Rotkäppchen tat es, zog sich aus und wollte sich ins Bette legen, »Aber wie erschrak sie nicht, da sie die Decke aufschlug und sah, wie ihre Großmutter im Bette aussah.« »Ach, lieb Großmutter«, fing sie an, »was ihr für große Arme habt.« »Die habe ich, meine Tochter, dass ich dich desto besser umarmen kann.« »Ach, lieb Großmutter, was ihr für große Rauche Beine habt.« »Die habe ich, meine Tochter, dass ich desto besser laufen kann.« »Ach, lieb Großmutter, was ihr für große Ohren habt.« »Die habe ich, dass ich desto besser hören kann.« »Ach, lieb Großmutter, was ihr für große Augen habt.« »Die habe ich, meine Tochter, dass ich desto besser sehen kann.« »Ach, lieb Großmutter, was ihr für große Zähne habt.« »Und die habe ich, dass ich dich besser fressen kann.« Und wie er das sagte, fiel der garstige Wolf über das arme Rotkäppchen her und fraß es. Ende von Rotkäppchen Gelesen von Hokus Pokus